Der erste Selbstversuch mit der VIRB. Jetzt schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Wie gut es funktioniert mit dem Ton, vor allem bei hoher Geschwindigkeiten und der GPS-Messung. Also, Final Climb, Alpec Hermes, letzte Station der Tour de G. Wir schauen uns das Ganze von oben, also vom Zielstrich nach unten zum Einstieg in diesen langen Schlussanstieg an und kriegen damit ein bisschen das Gefühl, wie er steil ist. Also, jetzt sind wir so besorgen im letzten Bereich, das war eine gleiche, die wir in Richtung machen. Wir schauen mal, ob wir schneller sind oder mehr. Okay, jetzt ist das Stück, jetzt ist das eigentlich kein Problem. Steier! 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 Ja, so schnell geht's, dass er sich aufs Maul legt. Tut so, Benni. Jetzt wird der Schnee hier. Der Schnee wird richtig schwer. Ich muss noch ein bisschen schwingen. Ich überhole noch alle, die hier fahren. Der Schnee ist noch ein paar Tage. Töne ich in den Kopf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, da hat's gebremst. Und wir haben's geschafft hier, Alpe Germans, hier geht's los für einen steilen Anstieg für die Athleten, für mich ist es finito, wir schauen uns jetzt wunderbar vom Fernsehen oder beziehungsweise von der Präsentablinge an.